Das Problem, das uns FreeCAD-Nutzer einfach seit Generationen plagt, das Toponaming oder Topological Naming Problem auf Deutsch, Problem bei der Benennung von Topologie, also von geometrischen Elementen wie Flächen, Kanten und Punkten, also einfach die ganze Geometrie wird benannt und wenn dann anschließend die Geometrie verändert wird, geht das ganze Bauteil kaputt. Kennt jeder von euch, hat jeder von euch schon erlebt und hat mit Sicherheit auch jeden von euch schon zur Verzweiflung gebracht. Dieses Problem ist jetzt gelöst. Das bedeutet FreeCAD ist jetzt wirklich nutzbar. Ja, FreeCAD ist jetzt, auch ohne vorher 100 Vorkehrungen treffen zu müssen, dass es dir die Geometrie nicht permanent zerreißt, ist FreeCAD jetzt fehlerfrei und ohne groß, auf Englisch sagt man Pain in the Peep, nutzbar. Wir arbeiten heute mit folgender FreeCAD-Version, das ist die Entwickler-Version, Revision 37.6.45 vom 3. Juni 2024, also ganz frisch und ich werde euch anhand dieser Datei, die ich vor ein paar Jahren für den englischen Kanal gemacht habe, demonstrieren, was der Toponaming Fix für euch bedeutet. Also, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Was haben wir hier? Wir haben hier eine einfache Kreisscheibe. Da ist nicht viel gemacht. Da wurde einfach ein Pocket reingesetzt. Setzt hier so eine halbe Rundnut, dann wurde diese mit einem Multi-Transform beaufschlagt. Das bedeutet, die geht jetzt dreimal hier nach innen, linear jeweils. Dann geht das Ganze radial einmal rund, sodass wir dann insgesamt nachher zwölfmal diese Nut haben. Dann wurde eine weitere Pocket, eine weitere Tasche aufgesetzt, nämlich genau hier im 45-Grad-Winkel dazwischen. Diese Tasche hat dann eine 45-Grad-Phase hier bekommen. So, und dann wurde das Ganze auch nochmal polar um das ganze Bauteil hier herumgemustert. So, und jetzt konntet ihr euch sicher sein, im alten FreeCut, wenn ihr hier irgendwas geändert habt, dass es dann gefährlich wird und eventuell die Geometrie zerreißt. Was sehr gerne passiert ist, das sieht man auch in dem englischen Video, das ich euch hier verlinke, das ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Dort habe ich nur die Tiefe dieser Tasche hier geändert und zwar, dass diese Tasche dann ganz durchs Material durchgeht. Das heißt, wir haben hier diese vier Bodenflächen, die haben wir einfach nicht mehr. Das heißt, es werden vier Flächen weniger generiert und schon hat es hier oben diese Phase, diese Chamfer, die hat es einfach zersägt. Die ist dann auf einmal hier an diese Kante gesprungen, dann war hier die Abstrengung dran und hier an der Kreistasche nicht mehr. Und ja, der FreeCut-Neuling, der reibt sich dann verwundert die Augen und denkt sich, warum zerstört es mir permanent die Geometrie? Warum ist das nicht stabil? So, jetzt machen wir noch was. Wir setzen hier außen an die Kante auch noch eine schöne Verrundung dran diesmal. Vielleicht auch nicht so groß, dass die sich jetzt nicht hier gerade hier mit irgendwie ins Gehege kommt. Also machen wir vielleicht mal 0,5. Einfach nur eine kleine Abrundung und genau. Jetzt gucken wir mal, wie stabil bleibt das Ganze hier bei Änderungen. Also die erste Änderung, die ich damals im englischen Video gemacht habe, diese Tasche hier, diese kreisförmige Tasche ganz durchgehen lassen. Wir wählen die Pocket hier aus und wir sagen Type, also der Typ ist nicht Length, also es wird keine Länge vorgegeben für die Tasche, sondern einfach Through All, durch alles hindurch, bitte. Einmal durch und dann einmal bitte updaten hier, aktualisieren. Er hat es aber schon automatisch gemacht und schon sehen wir, die Tasche geht jetzt hier durch. Wir haben hier unten den Boden nicht mehr. Das heißt, jetzt können wir hier durchgucken. Und unsere 45 Grad Phase ist immer noch an Ort und Stelle, genauso wie das auch sein soll. Genauso wie hier außen die Rundung. Alles ist sauber. Jetzt ändern wir mal noch ein paar weitere Sachen. Wir ändern mal im Multi-Transform hier noch ein paar Sachen. Was wollen wir machen? Mirrored lassen wir mal, aber wir ändern mal das lineare Muster. Das heißt, wir wollen jetzt nur noch zweimal jetzt in linearer Richtung und dafür dann aber ein bisschen geringer vom Abstand her, so vielleicht 6 Millimeter. Würde ich sagen, das ist in Ordnung. So, und jetzt wollen wir das Ganze aber von viermal auch noch runtersetzen im Multi-Transform noch auf 3 hier außenrum. Also in radialer Richtung. Und ich finde, das sieht auch schon ganz nett aus. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo die Pocket hier generiert wird. Hier an der Stelle. Das ist okay. Können wir wahrscheinlich so lassen. Wird keine Geometriefehler geben. Wollen wir mal hier die Position hinsetzen. Sieht noch gut aus. Dann wird das gemustert. Okay, hier schneidet es dann rein. Das ist jetzt halt blöd durch den Winkel. Aber das ist jetzt auch schnell angepasst. So, vielleicht hier mal noch auf 3. Und dann gibt es ja auch keine Sauerei. Das heißt, wir haben jetzt hier alles Mögliche geändert. Sowohl die Anzahl in radialer Richtung, die Anzahl in linearer Richtung. Wir haben die Anzahl hier von der Kreistasche geändert. Wir können hier nach Lust und Laune die Tiefe dieser Kreistasche verändern. Wir können auch sagen, wieder nach Länge 2 Millimeter. Da ist der Boden wieder drin. Und trotzdem versaut es uns hier nicht permanent die Geometrie. Das heißt, es ist alles sauber. Es gibt hier nicht ständig komische Fehler, die man dann erstmal lösen muss. Oder sich erstmal fragt, warum kommt denn da jetzt schon wieder ein Fehler? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nein. FreeCut ist jetzt nutzbar, ohne riesengroße Vorkehrungen zu treffen. Ohne, dass man ständig auf der Hut sein muss, zerstört mir gleich die Geometrie. Ich werde an dem Thema dranbleiben. Das wird nicht das letzte Video dazu sein. Aber ich dachte mir, für so einen ganz kurzen Quick and Dirty Move, um mal zu zeigen, wie sauber FreeCut jetzt funktioniert, war das, denke ich, ganz gut. Wenn euch das Originalvideo interessiert, das haben wir hier auf meinem englischen Kanal, der FreeCut Academy. Da habe ich das im November 2020 hochgeladen und habe genau so eine Scheibe hier angelegt. Und wenn man dann hier durchguckt, ich glaube, ich hatte hier die Tasche noch drin. Ich lasse es mal ablaufen. Genau, hier hatte ich die Tasche mit dem Boden drin. Wenn ich dann die Tiefe dieser Tasche verändere, also von der Länge, genau das, was ich vorhin auch gemacht habe, setze ich jetzt auch mal auf Through All, also durch alles, sodass die Bodenflächen hier weggehen. Wie ihr dann seht, was gleich passiert, die Schämpfer, also hier oben, diese Phase, die zerhagelt ist jetzt gleich. Und zwar wird diese Phase nicht mehr an der korrekten Stelle hier generiert, sondern sie springt auf einmal hier an die Nut ran. So, so war das die ganze Zeit und das haben wir jetzt im Griff. FreeCut macht endlich wieder richtig Spaß. Ich freue mich auf viele neue FreeCut Videos. Wenn ihr das wollt, dass ich jetzt in Zukunft wieder viele neue FreeCut Videos für euch rausbringe, dann Kanal abonnieren, Daumen nach oben und einen netten Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Florian von Stolz3D. Bis bald und auf Wiedersehen.